So Leute, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir müssen ein Fahrzeug von Sweetie Sands nach Pleasant Park bringen. Hier mache ich das Ganze jetzt in Gruppenkeile, denkt dann Sweetie Sands ist da, dann müssen wir einfach quasi hier die Straße entlang fahren, hier die kleine Abkürzung nehmen, dann hier hoch und dann ab nach Pleasant Park. Ich habe es gerade schon mal probiert, aber da war die Route genau andersrum. Und das heißt, ich musste bei den Gegnern landen, aber jetzt wird natürlich das Problem sein, die Gegner werden wahrscheinlich auch bei uns landen. Ich gucke jetzt einfach mal, ob das Ganze jetzt funktioniert, vor allem ob es auch zählt. Das ist nämlich eigentlich meine größere Frage, weil es kann sein, dass die Route zwar funktioniert, um Gottes Willen, aber dass eben das Ganze nicht zählt, aber das werdet ihr sehen, sobald ich dann gleich angekommen bin. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal zusammen und ihr wisst ja, sollte ich euch schon weitergeholfen haben mit der Route etc. Und dann sage ich schon mal an der Stelle danke auch an die, die jetzt gerade hier mitten in der Lobby sind, falls ein Deutscher dabei ist. Kein Treibstoff. Bestes Auto. So, dann fahren wir nämlich einmal hier oben rum. Ich wusste, ich dachte eigentlich, die Autos sind immer voll getankt. So, dann müsst ihr hier nämlich aufpassen, dass ihr hier durchkommt. So, ich hoffe, das zählt jetzt, gell? Weil im Solo-Modus, wohl eigentlich nicht alle, ob Solo oder das schon Gruppenkeile, funktionieren wird es definitiv. Wenig Treibstoff. Lol, also ihr müsst definitiv um Treibstoff achten. Oh Gott, jetzt schnell hier durchkommt. Ei, 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 ei. Oder sollte man sich echt einen Kacknis... Ja, fahr weg. So, abgarten. Ich glaube, er macht die nächste Aufgabe, weil ich habe schon gesehen, die nächste Aufgabe ist von Pleasant Park, dann weiter zu einem anderen Ort. Welchen weiß ich noch gar nicht. Ich habe es nur gelesen. Und schaffen wir das? Wir schaffen das. Und wenn wir dahin rollen. Ah, seht ihr? Und zählt? Zählt es? Es zählt nicht. Warte, ich darf mal aussteigen. Nein, es zählt nicht. Also, ich kann euch damit vergewitzern. Ihr müsst ein Fahrzeug von Sweetie Sands nach Pleasant Park bringen. Aber, das Ganze klappt anscheinend nur im Solo-Modus. Team, du. Also, solltet ihr vielleicht... Oder mache ich irgendwas falsch? Dann schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Aber, stand jetzt würde ich sagen, das zählt gerade nicht. Und damit würde ich sagen, warst du es auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, gerne einen Like da lassen. Und gerne den Livestreams vorbeischauen. Und in dem Sinne, haut rein.